Willkommen in der Villa Seldenegg, in Baden-Baden, im Herzen des Schwarzwaldes. Als Praxis denke ich, zeichnet uns aus, dass wir uns Zeit für unsere Patienten nehmen. Wir hören ihm zu und untersuchen dann gründlich in allen Bereichen der Zahnmedizin und arbeiten damit mit den entsprechenden Befunden ein individuelles, auf ihn abgestimmtes Konzept. Wir haben ein wirklich gutes Kompetenzteam von fünf erfahrenen Zahnmedizinern und diese ganze Kompetenz ist natürlich ein großer Faktor für den Patienten, dass er wirklich die ganze Zahnmedizin innerhalb der Praxis von verschiedenen Spezialisten auf höchstem wissenschaftlichen Niveau wirklich angeboten bekommt. Wir schauen den Patienten an und es geht uns nicht nur um die Zähne, was man ja von einem Zahnarzt normalerweise erwarten würde, sondern wir gucken ganzheitlich, wir gucken uns den Körper an. Wir versuchen gemeinsam herauszufinden, wo eventuelle Problematiken bestehen und die Probleme herauszufinden, herauszufiltern. Wir können ab dem ersten Schritt den Patienten in die Behandlung mit einbinden und wir haben einen digitalen Gesichtsscan. Wir können interorale digitale Scans machen, wir brauchen keine Abdrücke mehr. Wir versuchen unseren Patienten ein Höchstmaß an Qualität zu bieten, denn ich bin glücklich, wenn ein Patient mich lobt oder unser Team lobt und glücklich nach Hause geht. Ich glaube, das ist auch das, was sich rumspricht, dass wir einfach für unsere Patienten da sind und vor allen Dingen das Leben, das Leidenschaftsleben für unsere Patienten ein tolles Ergebnis erzielen wollen. Ich glaube, das merken die Patienten.